Ich bin Thomas Minder, Unternehmer und Ständerat aus dem Kanton Schaffhausen und ich wehre mich gegen eine viel zu starke Zuwanderung in unserer Schweiz. Ich stehe hier im Hauetal, vielleicht der grösste Baustell im Kanton Schaffhausen, der gehört zu der Stadt Schaffhausen. Da sind 184 Wohnungen geplant. Wir sind gerade am Auspacken der Tiefgarage und das war eigentlich noch ein schöner grüner Fleck, der ist jetzt auch versichert. Was ich nicht will, ist eine 9 oder 10 Mio. Schweiz und dass die Schweiz zum Hochhaus von Europa wird. Die Zuwanderung in unser Land ist viel zu stark. Sie ist nicht nachhaltig. Ich habe manchmal das Gefühl, die nächste Generation darf nicht mehr bauen. Und darum stimme ich bei den Begrenzungsinitiativen am 27. September Ja. Ja zur Begrenzungsinitiative. Um unsere Natur, unsere Jugend, unsere KMUs und unsere Arbeitnehmenden zu schützen. Ja. 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 Ja.